Ja, wir haben hier unser Luftbildarchiv. Wir haben für den westfälischen Bereich Nordrhein-Westfalens etwa 130.000 Luftbilder. Die haben wir im Jahre 2000 von den alliierten Luftaufnahmen bekommen. Wir haben Bereiche in Nordrhein-Westfalen, in denen wir nur sehr geringe Luftbilder haben. Für den Bereich der Stadt Dortmund hingegen haben wir bis zu 200 150, 300 Luftbilder für die stark bombardierten Bereiche, die wir für unsere Luftbildauswertung benutzen. Sie können sich vorstellen, dass die Auswertung mehrer hundert Luftbilder eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und so etwas ohne weiteres nicht möglich ist. Insgesamt kann man sagen, dass wir durch diese Luftbilder, die wir vor einigen Jahren bekommen haben, in der Lage sind, doch sehr genau sagen zu können, welche Flächen in Nordrhein-Westfalen oder auch im Bereich der Stadt Dortmund belastet sind und welche Flächen nicht.